Also tatsächlich haben wir für uns eben kein Thema eröffnet, dass wir irgendjemand in der zweiten Liga auf die leichte Schulter nehmen sollten. Deswegen habe ich es nicht angesprochen, weil das für mich die Selbstverständlichkeit ist, dass wir jedem Gegner eben mit diesem nötigen Respekt begegnet. Und der Kopf, ja, der spielt tatsächlich eine Rolle, auch jetzt zu der Phase. Und ich finde, je freier der Kopf ist, je unkomplizierter man in den Köpfen rumwühlt als Trainer, desto besser wird es dann auch. Wir sind eben bei uns jetzt in unserer Sicherheit geblieben diese Woche. Wir haben relativ, ich finde, ein einfaches Training absolviert, einfach um die Jungs nicht zu strapazieren, weil sie auf den Platz gehen sollen und kicken sollen. Das, was sie richtig gut können. Und ich finde, was bei uns Nullhaber ist, ist eben an der Tatsache, dass wir nicht wollen, dass wir keinen Einsatzwillen zeigen. Und gerade in diesen Spielen, das haben wir schon oft bewiesen, wo der Gegner vielleicht von der Tabellenkonstellation kommt, haben wir oft bewiesen, dass wir da wirklich auch sehr straight unser Ding durchziehen. Und dem Gegner eben halt mit, und das brauchen wir auch hier wieder, mit der besten Leistung und unseren Respekt eben halt auch zeigen. Und dann sind wir auch hier ein. Vielen Dank.